BIRD MACHINE Ich glaube er hackt ghe Er hängt immer da ghe Warum hat der Knockpick ghe? Alles gleich er ist gerade geflogen ghe Klasik er ist gerade geflogen Er ist wieder rauf geflogen Was gheu Was? Darum hat er mich so komisch 종ing geschlagen Nein er hängt Ich habe ein komplettes Knockpick ghe Alter was ist das? Ja komm den Knockpick ghe Is Ja Ren da was Was ist das? Alter was is das für ein Hack? Du meinst wie offensichtlich schlug er hat überhaupt er ist mir auf das flug so gesteht nehmen und ist wieder aufgeflogen ist erstes mit die du auf dass er report wir gehen alle aufgöpke es bringt nichts es ist einfach wieder aufgepackt der support kommt an der johann kreuzin johann ist ganz normal auf der fliege über kugel er rennt durch er rennt durch er rennt durch er geht durch er geht naja was ist dies ich krieg dir nicht mehr noch weg das support wenn das support wenn da nicht das irgendwie notwendig war dass er kommt er kommt immer wieder raufgeflogen er schaut sie jetzt ausschaut bitte er schaut ihn aber nicht geeinigt schaut na ist nicht so wie der oka wer sieht der vielleicht nicht zuschauen das teammitglied hatte hat die runde verlassen der report ist nun wieder in der warteschlange ok hat man nicht abgelehnt ist hier schon muss die sicher schon muss keine ahnung vielleicht sondern jetzt für ein streng wir wollen doch nicht einmal in meiner reichwerte irgendwie muss egal wie hast du er rennt einfach durch ich hab er packt sich wieder auf ich kann nicht einmal sagen ich hab da oder so ich muss ja das ist der 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 neben neben er ist doch er wahrscheinlich hat jetzt geht facken drinnen und in so viel länger wollen er auch viel flogen und ja so viel wie gseh was der er kann er bannt man jetzt sondern er sagt ja warte schlange weil ich habe jetzt keine zeit mehr drüben er schluckt so weit er ist auf der anderen seite er tut einfach weiter es ist ja wurscht wahrscheinlich oder fast er weiß wirklich wie uns gegen uns umbringen er hielt er als zu trode bis was er stirbt ja diese weg wir waren hätte auch noch die dazu gut wenn jetzt nun der beste spieler auf der ganzen welt er spielt richtig schlecht für einen hacker das ist ja ja man sich gut sie gut machen war da unbesiegbar er will einfach nur hängen er will einfach nur verurscht rolle ist die mitte kennt anet was habe ich ja nicht genau geschrieben aber mir steller das team mitglied hat die runde verlassen der report wird nun wieder in die warte schlange das war gibt der dm der warte schlangen wo es das heißt dass er einfach nicht so einfach mit juckt in zu korte es ist eine wirklich scheiß egal oder er gibt das range der entfernung schlangen wo immer den ich habe noch nicht und ich habe noch gerade gesehen ich habe noch gesehen aber ich habe keine ahnung dass man von der entfernung schlangen kann und dann geht es einfach durch kämmer gerade weil ich habe gerade zwölf gui kämmer gerade ich will sie ganze b ich sprenger ich weiß jetzt sagen wir es mir ein bogen außer er hat irgendwas da anders in der bogen auch nicht spült er hat fix wurres dann irgend so ein denk weil er hat gerne mehrere drin ja und er kann es halt auch aus da habe ich gemerkt jetzt hat er es aber gesehen jetzt muss er es gesehen und jetzt muss er gebannt weil ich habe ja habe schon reporten er hat auch report ja er hat meine teammitglied ist schon wieder aus in der warte schlange juckt einfach nicht ja auch mit dieser zu lassen ob sie es los wahrscheinlich ist nur besser er testet nur besser wir sind auch zu mir er kriegte wirklich er fliegt wieder auf was ist tausende ich habe es spät verruht wieso na runden weg am hacker verloren kämpft den reporter wohl wir haben eine runde verloren weil hacker war in runde weil hacker war auch hier was meint er mit zigis ja der ohne rote hack der rote hack deswegen hat er nix da und die höfen zogen deswegen ja ich geh jetzt nicht weg du wirst nicht einfach so schief umpackt der rote hackt max der rote hackt auch was dann die dort testen die da einfach ähm der eine hat die beiden runde verlassen oh haben die den falschen oh einer bauen die jetzt den vor ma das ist dann einfach typisch wenn man reportet wird man wenn man ein revi mod als kollegen nimmt im tsh dort nicht gebannt werden kann ma ok wie viel blöcke haben wir da schaut mal ich glaube es wird Zeit für einen messen steck na du liebst ne meisse stecken aber ha 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 double hey max bitte steckt die ich will sogar dass die stecks bitte steckt die ne die rote den sie die runden haben so lange bleiben ja was das geil war was gewinnt da das geht fast nicht man sie bittsch es ging schon max ah oder ist noch da max muss nur mit bogen spams da gut der home teleporter holst von der kann so man ist dass du du dann sorgt die ok spring jetzt obi du bist und dann kommt ich bin der guide wo er genau ist er ist noch drin erst jetzt kommt der andere about spitze da ohne ist da ist keiner es kommt keiner es ist nix du musst freie laufbahn gut ok das kommt halb herz ach du scheiße und kaguito was bitte riskiert kein kann du brauchst du keinen stress noch du kannst du dir sogar heimgehen los das noch los das erstmal heilen ja das ist dringend nötig das gelbe geht jetzt gut dank es ist nur gut da haben wir was eiliger dann tust du es nicht genau oder ja nimm du sofort durch macht er eigentlich nicht erbaut er das ist nötchen vollschirm der max der skript mitten um die renz oberretour hat es in jede richtung dran und ich glaube so 2000 km h umgezogen ok ob genug dabei ist es ist bereit das ist du komm dann komm 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 überlebt er nicht los los springen zum wort der ist immer noch ein reinge bringe oben aus bitte weil er wohnert ist gewinnt war so leider mit wohnung auf noch auf stirbt er schauen was macht er schaue zu er hat ich glaube er hat noch nicht mehr geschickt er steht da gerade auf kamen er hat er hat er hat komplett um so als wir einfach einfach nicht wie hier im super windig supporter ja ich glaube er hat mir gekickt kann das sein hast du gewonnen ja wirklich ja alter wie das grad also ich glaube dass er wirklich geboren worden ist weil es nur oma gestanden ist einer ist einer gekommen und hat einen link eingeschickt wird belohnung für fortschrittsanzeige das heißt ja nein was ich glaube er ist ausgestiegen ja er ist ausgestiegen er hat die runde verlassen ja ich glaube er hat noch durchreport wahrscheinlich ist er oben geflogen er hat ihm zugeschaut ja 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 ja